In diesem Video gebe ich dir einen kurzen Einblick in die Kategorie F0 des ICD-10 Organische einschließlich symptomatischer psychischer Störungen. Hierzu zählen vor allen Dingen die demenziellen Erkrankungen und das organische Psychosyndrom. Im ICD-10 unter Kapitel F0 werden folgende Kodierungen differenziert. Bei F00 Demenz bei Alzheimer-Krankheit, F01 Vaskuläre Demenz, F02 Demenz bei anderen ortsklassifizierten Krankheiten. Unter F03 werden dann nicht näher bezeichnete Demenzen zusammengefasst. Bei F04 das organische amnestische Syndrom nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt. Unter F05 das Delir nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt. Unter F06 andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörungen des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit. Unter F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörungen des Gehirns. Und unter F09 nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störungen. Das Symptombild der Demenz umfasst Einbußen an kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung sozialer und beruflicher Funktionen führen. Vor allem betroffen sind das Kurzzeitgedächtnis, das Denkvermögen, die Sprache und die Motorik. Bei einigen Formen kommt es auch zu Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur. Kennzeichnend für die Demenz ist der Verlust von Denkfähigkeiten, die bereits im Lebensverlauf erworben wurden, im Gegensatz zum Beispiel zur angeborenen Minderbegabung. Heute sind die Ursachen einiger Demenzen geklärt, bei vielen Formen gibt es jedoch noch keine eindeutigen, unumstrittenen Erkenntnisse zur Entstehung. Einige wenige Formen von Demenz sind reversibel, bei einigen anderen Formen sind im begrenzten Umfang therapeutische Interventionen möglich, die allerdings lediglich eine Verzögerung des Auftretens bestimmter Symptome bewirken können. Die häufigste Form einer Demenz ist die Alzheimer-Krankheit. Das organische Psychosyndrom, als OPS abgekürzt, auch bekannt als hirnorganisches Psychosyndrom, ist ein Sammelbegriff von neuropsychiatrischen Störungen infolge einer organischen Hirnveränderung, deren Ursache offensichtlich oder subtil sein kann. Offensichtlich wie Schlaganfall oder auch Traumata und subtil wie beispielsweise aufgrund einer Autoimmunerkrankung. Dabei kommen akute und chronische Verlaufsformen vor. Ursachen sind häufig Hirngefäßverkalkungen, Unfälle mit Kopfverletzungen, Hirntumore, aber auch systemische Erkrankungen mit Gehirnbeteiligung. Psychische Symptome infolge eines hirnorganischen Psychosyndroms stellen keine seelische Erkrankung im eigentlichen Sinne dar.